Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin am Ostersonntag. Heute mal von Bord der Idanova. Herrlicher Sonnenschein, mehr geht nicht. Voice of the Ocean haben wir hier an Bord eingerichtet. Da seht ihr einen ganz tollen, spannenden Bericht drüber. Dann geht der Lotse an Bord. Viel Spaß! Hier auf der Idanova haben wir extra für euch und mit ganz viel Liebe das tollste, tollste Showprogramm zusammengestellt, was man überhaupt auf den Weltmeern sehen kann, sagt sogar die Konkurrenz. Und dazu gehört auch The Voice of the Ocean. Und haben wir hier gerade frisch eingerichtet und wie man das macht, wie das funktioniert. Das seht ihr jetzt. Arbeite bei AIDA, landseitig, und leite die TV-Abteilung dort. Also du bist quasi für das hier zuständig? Für das TV-Studio, für alle TV-Produktionen, die wir an Bord haben. Und dann haben wir uns gedacht, wir haben mal Lust auf eine Castingshow und haben gedacht, so jetzt gucken wir mal, welches ist das erfolgreichste Gesangscasting-Format weltweit. Und sind dann auf The Voice gekommen und haben gesagt, so ein Format. Ist das weltweit das erfolgreichste? Das heißt, ich muss mich das so vorstellen, dass du quasi auch mit den jeweiligen Sendern in Verbindung trittst und sagst, hey, ihr habt da dieses Format, das finde ich total spannend. Wir haben die Original-Sounds, wir haben ein eigenes Logo bekommen, The Voice of the Ocean. Und die Hand. Und die Hand natürlich. Wir haben die zwei Hände, die dann auf der Bühne sind, auch mit dabei. Du sagst ja, wir haben die Original-Stühle. Ja. Mit einem klitzekleinen Unterschied. Ja. Und zwar ist die große Herausforderung, dass man hier am Bord auch seine Stühle selber drehen muss, wie man es eigentlich vom Spielplatz kennt. Ja. So Karussell sitzt man dann da und muss dann ein bisschen auch selber arbeiten. Ja. Das ist aber das originale Design. Genau. Man hat jetzt nicht irgendwie einen Kompromiss eingegangen und sagt, hier. Nee. Die größte Herausforderung bei uns ist ja immer, ein bestehendes TV-Format, ich sag's mal, immer bordtauglich zu machen. Da sitzen wir auch mit dem Lizenzgeber zusammen und entwickeln das Format mit denen gemeinsam. Das gibt's auf allen Schiffsklassen mit dem Theaterium, ne? Genau. Im Theaterium, wir verteilen das Format immer. Wir haben es auf sechs Schiffen unserer Flotte vertreten mit The Voice. Findet immer im Theaterium statt. Und ich liebe ja alle unsere Formate, die wir hier auf unseren Schiffen haben. Aber The Voice ist definitiv immer noch nach wie vor mein Favorit. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Theaterium von Aida Nowak. Let me entertain you Sing it with me I said Let me entertain you Let me entertain you Tobi, das war umwerfend. Mein Kommentar dazu, Schorsch, war einfach geil. Der Sommer kommt mit ganz großen Schritten auf uns zu und da freuen wir uns schon mal auf unsere Mittelmeerrouten. In Valletta waren wir auf der Brücke, haben das Einlaufen beobachtet und der Lotse kam an Bord. Spannende Bilder, guck mal. Spannende Bilder, guck mal. Spannende Bilder, guck mal. Stabord, sidegauge ist offen und Pilot letter ist bereit, wie man sieht, dass der Boot ist in der Mitte. Pilot-Bot ist in der Mitte. 10 Meter. 5 Meter. 5 Meter. Wir sind in der anderen Seite. Wir sind in der anderen Seite. Wir werden hier auch mit dem einen Abstand kommen. Wir gehen an den Abstand. Wir gehen an den Abstand. Wir gehen an den Abstand. Hallo, willkommen an de force. Good morning, Pilot in the Bridge. Hello, everybody except? Hi, hello, back at work. Are you ok? Right now we are heading 171. Excellent. The ferry, well, with the drift, so now ahead of us. See you in the middle. I'm very proud of you. Neben mir ist Maxi, unser Fernweh-Experte, hier an Bord und weil Maxis Mutter jeden Sonntag das Prime Time Magazin guckt. Deswegen macht Maxi heute in Moderation. Ja, und wenn ihr auch mal so eine tolle Reise erleben wollt, viele unvergessene Momente, tolle Städte und all das, was wir hier an Bord bieten, dann kommt direkt zu mir an den Scheider bei meinen Kollegen an Bord. Geht ins nächste Reisebüro oder besucht www.aida.de und hier kommt sie, unsere Verlockung der Woche. Bitteschön. Wohlfühlen auf Aida, das bedeutet unterwegs zu sein im Indian Summer in Nordamerika. Wir starten unsere Reise in Montreal und fahren zuerst nach Quebec. Unser letzter Hafen in Kanada ist Halifax. Wir machen noch Halt in Bar Harbor und Boston, bevor wir unseren Zielhafen, die Weltmetropole New York, erreichen. Und zum Schluss, wie immer, die schönsten Bilder der Woche mit der schönsten Musik von Bord. Und hier neben mir steht mein Kollege Chris Nelson von Carnival Cruise Lines, denn der ist auch zu Gast auf Aida Nova. Und bevor es losgeht, Chris, how do you like that so far? Ich kenne nicht Deutsch zu viel. Wow, that's wonderful. Uber, es ist schön, es ist so schön. The entertainment is beautiful. We saw shows last night. The nightclub is amazing. The rockbox, the band, it was pumping all night. I absolutely loved it. I had a marvelous time. What more can I ask for? Wonderful. Thank you very much, Chris. And here it comes. We say the Bitteschön, right? Yes, yes, yes. Bitteschön. Although I've searched myself for some reason Someone else that I see, yes I'm just a loud fragment of your life I don't want to freeze I'm losing everything It's like the sun going down Oh, me Your love, the sun Will go down on me I've heard myself in tears Someone else that I see, yes And just a loud fragment of your life To run the free Oh, me I'm losing everything It's like the sun going down Oh, me Sun going down on me Sun going down on me Amen.